Nein! Ach, halt's Maul hier! Den ersten Klingel immer schnell weg, das ist ja kein Problem! Nehmen und direkt wegballern! Bump von ins Gesicht! Bump! Alter! Bump von ins Gesicht! Komm, hol den Ball! Nein! Nein, nein, nein! Woah, geklappt! Hu 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 hu! Haha! Nein! Verdammt! Nein! Hä, wir haben gerade gewonnen! Komm, friss den! Nein! Nein! Ey komm, ich will nicht verlieren! You don't have a chance against Team Nerd! We're gonna win, because we're better! Yes! We're gonna win! We're gonna win! Alter, wie ding! No, jetzt noch treffsicherer, alter, was geht denn mit dem Ding ab? Okay, sieht man das auch? Ne, leider nicht! Ne, leider nicht! Okay, da war wieder einer pinkeln! So, nächstes! Ah, ich müsste auch gleich mal gucken, wie viel meine Festplatte schon voll hat! Weil ich nehme ja nur ein bestimmtes, bestimmtes Teil auf! Warte mal, wir können doch jetzt hier die... Die Grease, die sind doch auch hier vorne nicht! Ach komm, gib mir nicht auf den Sack! Sack! Ja, ich weiß, ihr wollt mich alle verprügeln, etc. Blablabla! Oh, der Lehrer ist da! Cheat-Zeit? Mr. Galloway! Should you really be doing that? Oh, Jimmy. No, I suppose not, but life is unfair! You promised Ms. Phillips! Oh, God. What kind of world do we live in, where I get punished for a minor indiscretion, and Patrick gets away with taking bribes from his pupils? He does? Yes! He sells advanced copies of tests to the sons of his rich friends, and nobody sells a word! Wait, what rich friends? Well, Darby Harrington for one! I can't believe he's selling tests! What if I got evidence of him doing this? Then I'd never need to drink again! Alright, let me see what I can do! She's nothing special, but they still... Hi, guys! Oh, you know the beginning here? Okay, buddy! Go ahead! And there we got the first flitcher. Oh my God! You want me to take it? Here! Come! Will I come back or not? Get dead, Pinhead! I have a hard bargain! Hey, thanks a lot! Thank you for the cash, chap! So, next... Next photo here! Ah, come! If you want it, then... ...it's once again! It's all again! The really peinable guys! You look like you like bad boys! Here! I'll show you! Okay, he doesn't do anything around the corner! Just kiss you and it's good! He doesn't do any drama out of it! Yeah! Oh no joke! You're not alone! I'll shoot you with someone else, but not with me! I really love Bunnies! They're so nice! Ach, here's the pool! Versteck dich in the Tribune from the pool! How do I get there? Ach so, here's the Treppen! Why am I so attracted to the plan? I sure hope he shows up! I need to get my grade up! Don't worry, he'll be here soon! I'm sure! Do you have my cash? Yeah! Do you have the tests? Thanks, buddy! Money! 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 Hahaha! Witzig! Woller Vogel, du! Alter! Hahaha, this is great! You couldn't hit a truck, you prick! I can't wait to catch you! You little punk! F-f-f-f-f-f-f! H-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h! How do you like this, freak? Come out of this one! Lass mich tot- How do you like this, freak? How do you like this, freak? Aha, der Lehrer, der Lehrer. Bring die Fotos zu Mr. Galloway. Machen wir doch natürlich gerne. Achso, guck mal, wir können auch hier rüberklettern. Nervt nicht. So, komm ich jetzt hier eigentlich raus? Äh, ich glaub, das war jetzt ein schöner, fetter Fehler, aber... Oder? Ne, wir kommen so raus. Ab zu den Fotos zum Nähren, beziehungsweise zu Mr. Galloway mit den Fotos. So, wieder die Faust in der Hand. Nein, Chat, doch nicht jetzt. Aha. Nicht heute, Chat. Ihr wisst, er trinkt auf der Schule. Denken Sie an die Kinder, Dr. Gravelschnitz. Trinkt? Ich werde den Kontrakt der Arbeit von allen Städten verabschiedern verabschiedern verabschiedern. Die Moralität ist die wichtigste Lehre, die wir euch euch erzählen können. Was ist das so? Dann könntest du das mal schauen. Was ist das? Es ist das schmerz, 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 die Test-Answer zu frischen Kinder. Was? Du hast Bilder? Und zu denken, dass ich dich vertraute, Hat-Trick? Du bist schmerz. Aber ich... Tschüss, schmerz. Und wie für dich, Galloway, Es wäre besser nichts zu diesem Trinken-Business. 60 Dollar? Bin doch gleich an den Tausendern, oder nicht? Ich kann ja da was kaufen, aber... Ja... Oder Jobs annehmen, aber... Warte mal... Wie viel Geld haben wir? Rasenmähenpark 1 Ratten im Park Zeitungsjunge Ich guck mal gerade... Kann man nicht immer gucken, wie viel Geld man hatte? Bullies, guck mal, da haben wir noch 100. Äh... Das sind die ganzen Quest... Okay, ja... Ey... Ich weiß nicht, was ich mit so viel Geld machen soll, oder kann ich das hier gucken, wenn ich jetzt im Inventar mal schaue? Da... 940... Jetzt ist auch immer einer, was ich mit dem Geld machen soll. Ich kaufe ein bisschen beim... Beim Jamma... Jamma... Ein paar Blumen habe ich eingekauft, oder Schokolade... Aber sonst... Oder ein bisschen Sprühzeug... Und der Rest kann nicht... Ich habe Chemiekas gemacht... Der Rest ist auch da... Raten in der Bibliothek... Raten oder Ratten... Raten... Das ist eine Disfranz! Das ist eine Verkaufung! Das ist eine Verkaufung! Ich will nicht spielen! Oder einen Ratten! Das ist deine Schuld, Jimmy! Huh? Was? Nein, das ist nicht! Was sind die Leute? Die Bibliothek ist voll von Ratten! Und ich habe meine Prä-Prä-Prä-Med-Test nächste Woche, amigo! Du bist so ein Lame! Das ist ein King, wie du bist! Oh, wie ich lange für die alten Tage! Wir haben sicher, dass wir lachen, und beruflich von allen. Aber zumindest kannst du studieren, ohne Angst, dass rodenten vor uns kommen! Ah! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Oh! 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 Vielen Dank.